moin leute was geht hier ist wieder euer geist in dem heutigen video möchte ich euch zeigen wie ihr die herausforderung benutze eine strudel bei the fortilla lösen können und zwar leute ich markiere es euch mal auf der karte the fortilla ist hier auf die bei der insel hier und hier auf der karte seht ihr schon den strudel was wir nun machen müsst leute ihr geht zu diesem strudel dann geht ihr einfach in den strudel rein leute dieser wird euch dann in die luft schleudern und ja schon habt ihr die aufgabe gelöst das war es auch schon mit dem video leute falls ich euch helfen konnte lasst ein like da lasst auf ihre ein abo da leute und ansonsten sehen wir uns beim nächsten video tschau